So meine Freunde, wir sind zurück. Der Bärst mich da auch ne Ansage machen kann er vergessen. Meine Ansage, denn wir sind hier bei GTA. Zusammen mit dem Logo, dem Lance, dem Counter-Tiger, dem Reaper, der Trinity, den IT-Leon und mir. Genau. Irgendjemand hast du da vergessen bestimmt. Nee. Mir hast Tanja da vergessen. Nee, die Trinity hab ich genannt. Tanja! Tanja, Trin... Das heißt Tanja? Da steht wirklich Tanja? Ja, das ist Strich, Tanja. Ah, Tanja! Ich hab's als IT-Leon vorgelegt. Hallo. Sorry. Turbostad verpasst, danke. Ey, snackt euch nie meinen Windschatten. Geht direkt auf meinen Windschatten. Besser pass auf, was ich gleich noch stacke. Ah! Oh mein Gott. Tschüss, Logo. Alle werden sie weggewürfelt. Ey, werf, geh weg. Ah, ja. Oh, das war ja uncool. Oh nein! Fallschirm! Oh, ich hab den Tiger im Arsch. Ja, Mann! Ich krieg dich! Ja, Mann! Ich krieg dich! Loll! Haha! Ja, halte gespielt. Immer gut! Du hast wie Remo Six gespielt hast, wenn du bei GTA sprinten möchtest. Das Problem ist, ich hab ihn gezündet und nicht. Oh nein! Nein! Ja. Das schaff ich nicht. Aber das Pink Fluffy Unicorn schaffts. Ach, da muss man abspringen. Das hab ich nicht gesehen. Ja, den der Rainbow-Röhre hier. Was? Mal hier hinten, muss ich starten? Oh nein! Ich bin siebensam. Ja! Ja! Alter Schwede, werd ich langsam. Nein! Haha! Jawoll! Äh, nope! Ja! Ich muss noch mal neu starten, also von daher. Gut, okay. Bin ich ja ganz glücklich. Aber ich bin halt schon wieder da. War halt zweiter. Jetzt bin ich dritter. Ja, ich war dritter. Jetzt bin ich fünfter. Alter, das ist voll die Psycho-Röhre. Wow! Entschuldigung, ich zieh da nicht mehr vorbei. Warum bist du so schnell? Bin ich ja. Können. Nein, das ist nur pure Skill. Alter, das ist voll die Psycho-Röhre hier. Muss ich hier kreiseln? Kann man das mal verraten? Wie kreiseln? Wo kreiseln? Ja. Na dann kurz zu aber im Kreis. Na dann mal runtergeschalten, der Kollege. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, los. Oh. Das war zu krass. Das war zu krass. Oh, fuck. LOL. Mit einer Stopps. Das ist echt nicht so schön. Nee, das ist recht unschön. Aber das sorgt für Karambolagen. Ey, wie schnell Trancy hier vorbeigezogen ist, geht ja gar nicht. Alter. Doch, das ist... Trauenpower. Alter, weil... Ja, die krieg ich auch nicht mehr. Ich musste zurücksetzen. Toll. Scheiße. Oh, schon wieder zurücksetzen, ey. Nein. Oh, Christoph. Schön weggedjumped. Ja, alle den gleichen Fehler gemacht. Nein, ich hab keinen Fehler gemacht. Ich bin auf jeden Fall. Oh, was? Ich hab Marvin weggedjumped. Nein. Ich hab die ganze Zeit nur neun und nur sechs gedrückt. Wow. Acht und fünf. Ja, das ist die nächste. Wer ist erster? Ich. Da ist das Ziel. Aber du bist sogar drübergekommen. Oh mein Gott. Ich hab nur gedacht, wieso steht Christoph da schon wieder? Ja. Ähm. Geht das mit als du oder? Ich bin hier! Nein! Oh, das war dumm. Oh, das war dumm. Marvin, ich bin über den Fuß gejumped. Hey! Ich bin durchs Ziel, aber es hat nicht gezählt. Ja, warst du zu hoch wahrscheinlich. Ja. Nein, voll drin. Geht das zu hoch? Ja, zu hoch geht. Ja, ist fast immer zu hoch, weil der Punkt irgendwie weiter unten immer erst zählt. Ach so? Ja. Nein! Vergesst mal absichtlich. Alter, werden wir kommen da vorbei gesegelt, ey. Lol, ich bin drunter durch! Ja, ich auch. Geht mal hier unten. Zählt auch nicht. War euch zählt das? Tanja, wo bist du direkt dran? Wow, Jens, das war richtig gut. Ja, ne? Das war richtig gut. Das war richtig gut. Nein, man muss hoch. Man muss da, wo dieses geriffelte, wo die Flagge halt ist. Ich muss mal rein. Toll, ich bin extra gerade vorbeigeschwebt. Damit, damit ich nie reinfliege. Ja, aber es sind ja alle in der Luft. Hey! Was soll das? Du bist extra? Redet jemand mit mir? Nein. Bei mir hat's nicht gezählt, also. Ja, ich bin auch das erste Mal drunter durchgeflogen. Muss ich dich da direkt drüber fallen lassen, oder was? Ne, ich hab mich reinfallen lassen, also. Keine Ahnung. Ich bin von oben nach unten durchgeflogen. Ja, die Punkte sind echt immer felsam. Ey, Logo, gehst du unter die Hippies? Wieso Hippies? Ja, weil er den Peace da gemacht hat. Sonst keult er sich, sonst keult er sich immer ein und jetzt macht er da den Peace-Maker. Ach ja, herrlich, herrlich. Ah, so. Alter, Logo und Träne, weder sie gleich Punkt setzen. Ach, ist egal, hauptsache Spaß. Ich weiß. So. Wir reduzieren das Ganze mal auf zwei Runden. Bam. Und machen hier mal wieder Stoff. Was für ein Auto? Ja, das ist ein gutes Reichen. Ja, T20 geht. Dann T20. Den Nero kann ich auch nehmen. Du kannst auch gerne den Nero-Kasten nehmen. Oder Nero oder... Aber T20 ist halt eigentlich immer der Beste. Da schließen wir sich mal an. Ich finde diesen Liberator ist der Beste. Oh, also wir haben... Rein T20? Passt. Nein, ich mehr auf. Oh, okay. Nein! Ach du! Weckerdreh! Good job! Jetzt spielt ja kein Aufrollen an, oder? Ah! Dreh das? Nein. Weg mit dir! Sehr schön los! Und jetzt haben wir endlich etwas Gutes gemacht hier. Oh, wie ist das hier ein minim isn't? Oh, hier ist Geschmächtig! Ouh, jetzt gibt's ja wohl nể... Ja, die hat mich äh, kein bisschen ausgeblockt. Weg mit dir! Oh, und so Low-Coati! Sehr wach ich sie ab! Sehr schön, Loro! Endlich hab' was Gutes gemacht hier! Wir sind weg! Oh, was zur Hölle geht bei euch? Wecker nicht. Ich bin nett, tut mir nichts, ich bin nett. Erzähl mir. Als ob. Noch ein Bummi sich weg. Oh Alter. Nein, wir sind alle vor uns. Der Nero ist ja richtig schön. Oh nein. Wo müssen wir hin, Bene? Ja eben. Warte, wer war das? Ich. Wo hin? Oh Mann. Ganz offensichtlich. Ach Mensch. Wettbewerb. Wettbewerb. LoL. Nein. Tschüss, Boss. Ja. Ja, ist der Boss. Was hat mich denn gemacht? Diese scheiß Kamera. Nein. Ja, der Mann. Ja, der Mann. Das hat mich denn gemacht. Alter Schwede. Nein! Ah fuck! Ich kenn den Kursen. Naaah. Jens, ich warte auf dich Ja, schönen Dank Nein Wer hat mich da jetzt weggeschubst? Ich Oh nein, bitte nicht, nicht Nein, nein Nein, nein, nein Aber jetzt, wir weiter durchschreißen Drecks T20 Na Der A mit T20 Echt mal Mit dem Audi Quadrömer ist das nicht passiert Ja, ich bin Zweiter Der Tummel sich auf drei Also, ich bin zweimal auf der drei Also, ich tummel mich mal zu fischen Nein Oh, Glück Irgendjemand piep zum Hintergrund Ja, das ist ein Wellensittich oder so Das ist dein Ohr Mein Ohr? Ja Das ist dein Unterbewusstsein Ja Unterbewusstsein war, ich wusste schon immer, ich bin ein Wellensittich Das war jetzt knapp, junge Frau, ja? Ja Die hat voll drauf gehalten Die hat voll drauf gehalten Ja, das ist zum Kotzen hier. Da ist gerade einer rausgeflogen. Bei Spirale wollen wir halt so. Ja okay, die muss ich glaube ich auch dreimal oder viermal machen, die Spirale. Wer hängt mir denn in der Hände? Wir sind doch nicht mal Level 20, wir dürfen hier abkacken. Ja, ja gut. Nein, ja gut. Ja, nein, boah. Genau, ja, nein, doch. Hä, wie hat mich jetzt wieder jemand überholt? Der ist halt hier vorbeigefahren. Wo denn? Wir haben ja gar nicht gesehen. Da ist ja jemand abgeschnürt vorhin. Das war ich, vor alle halb Runden. Hä? Ich war jetzt gerade eben ja. Logo erster. Es liegt hier nicht. Es liegt breit. Ja, ich kämpfe noch gegen den Nero Kasten. Ach Jens, das machst du. Na aber wir haben sonst. Du musst einmal rechts und einmal links tippeln. Du musst doch wirklich schön tippeln. Aber nettes Rennen, ey. Die Map ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ey, und Tanja. Ey, ich bleib von hinten angestupst. Siehste, mein Tipp hat geholfen. Ey, und. Das nimmt, ey. Komm schon. Nee, ich mein mit Map ist cool und so. Und Tanja hat sie mich mit dem Nero Kasten grad noch fast eingekriegt, ey. Komm her, du Sau. Komm her, du Sau. Und. Nein, ich war runtergesprungen. Nein. Jens. Jens. Und 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 und. Wir beide spielen Katz und Maus. Also das mit dem Tiger passt ja schon mal. Hä? Scheiße. Ja, Katz und Maus. Ja, Katz und Maus. Jensi. Ja, Katz und Katz. Jensi. Ey, lass mich in Ruhe. Was macht ihr? Hier warten wir da nicht. Ey. Er ist in der ersten Runde. Achso, achso. Achso, achso. So mal eine Runde treu. Ah. Oh. Der war... Oh Gott. Achso. Herrlich, Herrlich. Also wir halten fest, ne, der Nero Kasten ist, auf solchen Strecken wenn er genommen werden kann und die, ähh, Dame ist ne kleine Pistensau, die hält drauf. Na schön, Dame. Ist doch richtig so. ja 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 aber liebe leute wir sind schon wieder am ende dieser folge angekommen es geht wie im Kluge und ja bis zum nächsten Mal Ciao